Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Retro & Future, bei dem Kanal, wo es um Elektromobilität und erneuerbare Energien geht. Heute geht es wieder um eine PV-Anlage und heute möchte ich mit euch zusammen was berechnen. Ihr wisst ja, ich habe eine 9,6 kbp Anlage auf dem Dach und einen 9,8 kWh Speicher im Keller. Meine Berechnungen, die ich ja hier in dem Excel-Sheet immer mache und ich mache da auch monatliche Videos, ich verlinke euch mal das letzte hier. Da habe ich natürlich den Speicher mit drin, logischerweise, weil ich habe ihn ja, aber ich habe mir jetzt die Frage gestellt, okay, was wäre denn, wenn ich den Speicher nicht hätte? Wie würde sich meine Autarkie verändern? Wie würde sich meine Eigenverbrauchsquote verändern? Wie würde sich meine Amortisation verändern? Ich denke, das ist natürlich das Wichtigste. Also nach wie vielen Jahren hätte ich denn eine Anlage wieder reingespielt, wenn ich mir den Speicher nicht gekauft hätte? Und genau das will ich heute mit euch berechnen. Und zwar für die, die meinen Kanal ja verfolgen, ich habe hier ein schönes Excel-Sheet, wo ich immer alles schön tracke und ich habe schon mal eine Kopie gemacht von diesem Gesamtpfeil und das seht ihr im Endeffekt jetzt hier. Das heißt, das ist jetzt eine Kopie von dem, was ich in den letzten 2,3 Jahren mit meiner PV-Anlage erwirtschaftet habe. Im ersten Jahr war es bloß ein halbes Jahr, da hat man eben das ganze Jahr 2021 und dann jetzt bis zum Oktober und das sind dann im Endeffekt 2,3334 Jahre und das habe ich dann auch hier in die Amortisationsrechnung mit reingenommen, dass wir das wirklich ganz genau haben. Die Einträge, die ihr außenrum seht, das sind im Endeffekt Hilfseinträge für mich und eben auch Einträge, damit wir später vergleichen können, wenn wir das Sheet jetzt gleich anpassen, damit wir sehen können, in welche Richtung sich das Ganze denn verändert hat. Die, die meinen Kanal verfolgen, wissen, meine PV-Anlage hat 22.000 Euro gekostet im Jahr 2020. Das Video mit der Kostenrechnung verlinke ich euch nochmal hier, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Das ist wirklich interessant zu sehen, wie genau setzen sich denn die Kosten zusammen. Also 22.000 Euro und momentan haben wir 5.250 Euro schon wieder reingespielt. Das Ganze natürlich durch Direktverbrauch, durch Entladen und durch Einspeisevergütung und das im Endeffekt bringt uns eine Amortisationszeit von 9,78 Jahren. Und das ist die Anlage mit dem Speicher. Hier unten tracke ich den Speicher nochmal separat, also der Speicherpreis ist in den 22.000 Euro schon mit drin, aber ich tracke den immer noch separat, um zu sehen, okay, wie schnell amortisiert sich denn der Speicher selber. Und momentan sind wir da bei 11,67 Jahren und die Amortisation von dem Speicher funktioniert natürlich so, dass wir sagen, okay, wir haben das Entladene und das Entladene machen wir mal 30 Cent und ziehen aber dann pro Kilowattstunde natürlich auch wieder die 9,17 Cent Einspeisevergütung ab, die wir ja bekommen würden. Also hat der Speicher im Endeffekt einen Preis von etwas mehr als 20 Cent pro Kilowattstunde, die er im Endeffekt uns einspart und das tracke ich im Endeffekt hier nochmal separat. Und da sind wir bei 11,6 Jahren und das packt mein Speicher auf jeden Fall, da bin ich optimistisch. Und wie gesagt, die Zahlen außenrum, das sind im Endeffekt alles so ein bisschen Hilfszahlen und eben auch Zahlen zum Vergleichen. Das heißt, wenn wir jetzt später hier das Excel-File anpassen, dann werden hier die Autarkie und die Eigenverbrauchsquote sich natürlich verändern. Ja, die Amortisationszeit wird sich wahrscheinlich auch verändern. Hier unten habe ich nochmal rauskopiert, wie viel wir mit der PV-Anlage insgesamt schon Ertrag eingefahren haben durch diese drei Komponenten, wie gerade eben beschrieben. Und dann eben auch hier nochmal rauskopiert den Anteil der Gesamtinvestition. Also sprich, wir haben momentan schon 23,86 Prozent unserer PV-Anlage wieder reingeholt von 22.000 Euro, weil wir im Endeffekt schon 5.250 Euro mit unserer PV-Anlage verdient haben. Also mit dem Gesamtertrag für ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahre bin ich mehr als zufrieden. Und man kann natürlich sehen, viel kommt vom Direktverbrauch, weil wir eben auch Elektroauto haben und Plug-in-Hybriden und so. Also deswegen geht sehr viel von dem Strom, den wir generieren auch direkt in irgendwelche Verbraucher. Das Ganze wäre natürlich noch besser, wenn wir einen höheren Strompreis hätten. Also ich habe momentan noch einen Strompreis mit 30 Cent. Der Vertrag läuft auch noch über ein Jahr, da bin ich froh. Aber angenommen, ich hätte hier 40 Cent oder 45 Cent, wie es momentan gang und gäbe ist, dann wäre natürlich die Ersparung durch den Direktverbrauch noch viel höher und die Amortisationszeit viel kleiner. Aber ich schweife schon wieder ab. Wir wollen ja jetzt berechnen, wie wäre es, wenn ich keinen Speicher hätte. Und das machen wir jetzt. Also, dann nehmen wir jetzt erstmal hier unten die Verbräuche. Das ist im Endeffekt die Verbräuche, die ich jetzt hier eintrage bei gekauft. Denn das Entladen hier wird es ja jetzt nicht mehr geben, das lösche ich gleich raus. Und deswegen müssen wir alles, was hier war, auch zusätzlich mit einkaufen. Also diese Zeile hier ist immer eine Summe aus dem und dem. Das heißt, das kopieren wir jetzt mal hier rein. Wir nehmen das Entladen raus. Das Gleiche machen wir auf der Erzeugerseite, denn aufladen tun wir nicht mehr. Alles, was wir bisher aufgeladen haben, würden wir einspeisen. Deswegen löschen wir das hier raus. Dann kopieren wir das da rein. Wenn wir uns die Grafiken unten anschauen, dann können wir sehen, wir haben jetzt natürlich nur noch zwei Farben pro Seite. Also bei der Erzeugung haben wir hier 38% direkt genutzt von der Erzeugung. Aber wir haben 62% ins Netz eingespeist. Und wir können sehen hier oben rechts, dass im Endeffekt unsere Eigenverbrauchsquote eingebrochen ist von 57% auf 37%. 37% ist immer noch gut, aber das kommt natürlich davon, weil wir eben auch die Elektroautos haben. Und die würde auch, wenn wir keinen Speicher jetzt mehr hätten, steigen. Denn wir kriegen eine Brauchwasserwärmepumpe. Und eben auch die Wallboxen, die PV-Überschuss laden können, die können das übrigens mit jedem System, weil die nicht mit dem Wechselrichter kommunizieren müssen. Ich verlinke euch mal das Video hier. Also für jeden, der einen Wechselrichter hat, der nicht so kommunikativ ist und der PV-Überschuss laden möchte, ohne dass im Endeffekt eine Kommunikation mit dem Wechselrichter braucht. Schaut euch das mal an, das ist wirklich super. Damit könnt ihr im Endeffekt jede PV-Anlage nutzen, um PV-Überschuss in eure Autos zu kriegen. Wenn wir uns dann den Verbrauch anschauen, können wir sehen, wir haben 45% abgedeckt durch unsere PV-Anlage und mussten aber immer noch 55% zukaufen. Und unsere Autarkie bricht im Endeffekt ein von 68% auf 44%. Wenn wir uns dann die Erträge anschauen, können wir sehen, der Direktverbrauch sieht jetzt so aus, die Einspeisvergütung sieht dann so aus vom Betrag her, der ist natürlich stark gestiegen, weil wir viel mehr einspeisen. Insgesamt hätte man dann 4.281 Euro eingespart und das sind dann in der Differenz 968 Euro, also das bedeutet, wir haben 968 Euro weniger eingespielt über diese 2,3334 Jahre als mit Speicher. Und jetzt können wir hier rechts oben sehen, die Amortisationszeit wäre 11,99 Jahre und zack, damit habe ich bewiesen, dass eben ein Speicher eine PV-Anlage sogar noch rentabler macht. Spaß, für die, die natürlich ein bisschen mitrechnen und schauen, wir müssen natürlich auch noch die Investitionen hier anpassen, weil die 22.000 Euro, die waren ja mit Speicher und wenn wir jetzt diese 15.200 Euro nehmen, das sind im Endeffekt die 22.000 Euro minus den Speicher, das 6.800 gekostet hat. Und wenn wir das Ganze dann hier eintragen, dann können wir sehen, dann kommen wir auf eine Amortisationszeit von 8,28 Jahren ohne Speicher. Und ich denke, das ist echt eine Hausnummer, das ist wirklich super. Im Vergleich zu Mitspeicher sind wir bei 9,78 Jahren, das heißt, wir brauchen etwa eineinhalb Jahre mehr, weil wir den Speicher mit dabei haben. Diese Amortisationszeit ist schon wirklich super. Also hätte mir damals jemand gesagt, 8,2 Jahre und das Ding ist abbezahlt, hätte ich sofort gesagt, wow, das ist mega. Aber das wird sogar noch besser, denn wie gesagt, ich werde meinen Eigenverbrauch erhöhen, weil ich eben jetzt viel mehr in die Autos reinladen werde, weil wir die Warmwasseraufbereitung im Haus umstellen, auf elektrisch. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir hier auf 50% oder 60% kommen würden, selbst wenn wir eben keinen Speicher haben. Was die Rechnung aber auch zeigt, ist, dass eine PV-Anlage sich auch mit Speicher gut rechnen kann. Also ich finde, 9,78 Jahre ist es auch keine apokalyptische Amortisationszeit. 8,28 Jahre ist natürlich besser. Nichtsdestotrotz ist mein Speicher mir wirklich wichtig und diese 1,5 Jahre, die ich länger an der Amortisation brauche, sind für mich in Ordnung. Also ich bin super zufrieden, denn eine PV-Anlage mit Speicher, die sich unter 10 Jahren amortisiert, ist doch wirklich klasse. Und danach wird im Endeffekt richtig gespart und dann freut sich das Schwabenherz. So, das soll es aber auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das fandet ihr interessant. Also ich fand es mal richtig cool zu sehen, wie wäre denn der Unterschied, wenn ich den Speicher nicht dazu genommen hätte, wären das irgendwie 40 oder 50% weniger Amortisationszeit. Aber so viel ist gar nicht. Es sind ja im Endeffekt nur 1,5 Jahre und ich denke, damit kann man durchaus leben. Also wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, Leute. Packt einen Kommentar unten rein und dann hören wir uns bald wieder in den nächsten Videos. Es ist ja einiges geplant. Wie gesagt, es kommt PV-Überschussladen, es kommt die Norddachseite, wird belegt. Dann kommt meine Brauchwasser-Wärmepumpe. Es wird also sehr viel bei mir passieren, die im Endeffekt den Verbrauch an Strom steigen lassen, aber auch die Erzeugung, weil die Norddachanlage kommt. Und dann kommen vielleicht sogar noch Klimaanlagen und so weiter. Also es ist wirklich sehr viel geplant. Es bleibt spannend und es kommen immer wieder neue Inhalte hier auf dem Kanal. Also ich freue mich über jeden Abonnenten. Ich freue mich über jeden, der hier zuschaut. Und ich freue mich immer sehr über Feedback von Leuten, die sich meine Berechnungen hier anschauen und eben auch aufgrund von diesen Berechnungen sagen, ja, das lohnt sich wirklich und das macht Sinn. Ich mache das jetzt auch. Und ich muss auch mal sagen, ich hätte am Anfang, als ich das Ganze hier begonnen habe, nicht gedacht, dass mein Kanal so wächst. Es sind ja mittlerweile fast 1200 Abonnenten hier auf dem Kanal und viele Leute schauen meine Videos. Und ich habe auch mit einigen von meinen Zuschauern schon außerhalb von YouTube Kontakt und man hat sich da schon ein bisschen angefreundet. Also genau so habe ich mir das vorgestellt. Mir macht das richtig Spaß und ich werde das so lange weitermachen, solange euch das interessiert und solange ich dabei Spaß habe. Aber jetzt höre ich auf, bevor ich noch sentimental werde. Mir macht es einfach riesen Bock. Ich hoffe, euch auch meine Videos zu schauen. Also in dem Fall, macht es gut, bleibt gesund. Euer Steffen von Retro and Future. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.